Ableismus ist die Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung. Ich glaube nicht, dass Leute bewusst denken, puh, Menschen mit Behinderung sind ja voll der Störfaktor. Ich glaube, dass wir einfach so aufwachsen, dass wir Menschen mit Behinderung nicht in unserem Umfeld haben. Ich glaube, dass gerade das Stichwort eben immer, also Ableismus, nicht so geläufig ist wie Rassismus oder so. Und dass darüber auch schon in der Schule und in anderen Bildungsumfeldern viel mehr gesprochen werden sollte. Es gibt ja immer Leute, die sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir sind noch nicht auf einem guten Weg. Ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Wir brauchen einfach Vorbilder und Role Models und Gesetze, um so ein gesamtgesellschaftliches Umdenken zu bewirken. Ich kann diesen Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen erst mal verändern, nicht mehr hören, weil ich glaube, die Barrieren in den Köpfen, also Ableismus im Kopf, verändert sich nicht, wenn wir keine gesetzlichen Vorgaben haben, die uns zwingen, bestimmte Sachen zu verändern. Diese Menschen haben, genau wie Menschen ohne Behinderung, ein Recht darauf, gemeinsam beschult zu werden, einen vernünftigen Arbeitsplatz zu haben und vernünftig bezahlt zu werden. Ich wünsche mir von nichtbehinderten Menschen, dass sie überhaupt erst mal auf dem Schirm haben, dass es Ableismus gibt. Also meine Vision von der inklusiven Gesellschaft ist, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Nicht, dass wir, dass die Behinderung keine Rolle mehr spielt, sondern, dass wir uns gegenseitig fragen, was brauchst du, um hier teil zu sein und das dann eben auch bereit sind zu geben.